es ist so einfach ein bisschen aus okay gut zu wissen dass man so mehrere kombos machen kann kann man ausweichen ja kommen wir jetzt einfach noch ein paar kämpfe ich möchte euch hier ja nicht so langweilig irgendwelche auf der scheiße ding da eigentlich wollte ich ja das andere menü aber Wayne interessiert ähh zurück zu dojo menü genau jo dann machen wir einfach nochmal Akanu mit wem machen wir das jetzt mit dem eigentlich der ist eigentlich ganz cool ist das ok ja ok jo jetzt fangen wir mal wieder mit dem typ ein an nicht ein airblaze und den machen wir jetzt erstmal wieder fertig jetzt weiß ich ja ein bisschen wie es funktioniert ein bisschen besser muss man das so sagen alter wie groß bin ich ja wenn du gegen sich zu denen voll geil jetzt geht's auf die Fresse schlache wo willst du so ich schau jetzt auf die Fresse bam hier keiner Pisser ja alter einfach mal so machen fertig theoretisch könnte jetzt ein zweiter spieler einsteigen weil das ist eigentlich ganz witzig finde wenn ich jetzt noch einen zweiten controller da hätte und noch einen zweiten typ bam 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 alles klar warm erstmal hier haa alter der will mich doch verarschen der scheiß penner ja wer ist der king ich bin der king so ja geil er ist einfach nur volles tier er geht ab ok jetzt kämpfen wir gegen ihn doch ne doch gegen jemand anders leifer nächste ebene auf jeden fall und die kabel sind gerade hier im weg ein bisschen von diesen geräten komm 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 ich will den fertig machen was für eine geile arena haja 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 kommt jetzt mach ich dich fertig bam bam ach ficken so bum ich komm ich dir, auf und auf komm gib mir doch mal zur auf mor die war aschen so hey ich geh helfraper arsch vaic bum la erstmal mit dem fett auffauen das wird genau das nachgerman anus kommt noch einmal ja schon wieder er kann ja gar nichts erlappen wir hatten gerade gelacht das kämpfe gegen uns selber auf einer insel geil das sieht irgendwie ziemlich creepy aus die insel sieht doch ganz witzig aus am strand oder was ich mache mich selber gar nichts ausweichen jawohl ich kann ja ich gar nichts das geht doch nicht auf die flusse und noch mal abhängig sind die naja nicht so geil animierend die ganzen berge muss ich auch sagen street fighter schon ein bisschen hübscher aber das kann ich euch ja alles auf jeden fall ist eigentlich ganz witzig wenn jemand bock hat auf sowas wird wird schon weiter 5 kann man sich besorgen kann man sich mal antun schon damit kumpel ist noch witzig aber allein ist auch ganz cool wenn man dazu noch scheiße kann mir geht schon wieder ab du blöde schlamm ehrlich warm als ich kann es wahrscheinlich gar nicht wenn ich wieder viel schreibe kann ja gar nichts ja ich weiß oder akkomm haben wir doch nach dem hofer hat ja ein interessiert nein ich will nichts speichern nein der wcf wo es muss das speichern auch kommen akade noch mal der neuer spieler noch nehmen wir jetzt der ist eigentlich witzig aus der ober aber ich sag mal eine frau ist eigentlich nicht auch interessant aus nein wir nehmen den dann hat mich sogar ein mysterium überhaupt ist aber irgendwie sieht es aus für ein mysterium auf jeden fall ein blaster fighting style luka libra auf jeden fall Oh ja, der gefällt mir gerade schon. Der geht glaube ich nicht. Ja genau, das Rimm ist der, den kenne ich von dem. Bam. Bam. Wenn ich es einmal in Tritt oder was? Ach, fick dich doch, hier. Die Arena ist aber auch irgendwie chillig. Aber trotzdem würde ich mich nicht vor Leuten verprügeln lassen. Und andere Leute vor anderen Leuten verprügeln. Oh, das war ein bisschen unlogisch. Alter. Bam. Schlampe. Beide aneinander vorbeigetreten. Ich bin der King hier. Bam. Hallo, habt ihr das gesehen? Ja, war geil. Yo, KO. Yeah, you won't. Ach, schon wieder gegen diesen kleinen Pister, den mach ich doch fertig. Locker. Locker vom Hocker. Sob. Komm, ladet doch ein bisschen schneller. Ab die Stage ist schon irgendwie richtig geil. Ich hab ja auch immer ein. Ich hab ja auch immer ein bisschen mehr. Geil. Sob. Ready? Ach, fuck. Äh, wie soll ich mich hinbekommen? Ich dachte einfach, glaub ich, ich muss die Taktik stattdrucken. Bam. Bam. Komm. Nehm ihn doch jetzt. Nehm ihn doch an. Deine Alp, Sau. Genau. Bam. Jawohl, KO. Ich weiß gar nicht, dass Glocken funktioniert irgendwie nicht sobald. Wir müssen einfach mal ein bisschen mehr machen. Komm. Ach, fuck. Ich glaub, er hat drauf, ist ein bisschen geiler. Ich bin doch verarschend, Sau. Boah, jetzt spring doch so. Genau. Komm. Bam. Habt ihr das gesehen? Ich bin perfekt ausgewichen. Okay, das war es nicht so gut. Aber KO. Yeah, ganz knapp. Oh, jaja. Oh, jaja. Oh, jaja. Seht ihr das? Ah, der Tipp ist ja natürlich auch nicht schon wieder gegen den. Aber der kann nichts. Den mach ich jetzt fertig. Boah, irgendwie tut meine Warte voll weh. Heute Sport habe ich mich, bin ich, ja immer Basketball gezockt. Bin ich irgendwie scheiße gesprungen dann, als irgendwie, äh, war, wie getan danach, das war nicht so geil. Und irgendwie ist der der schwächste Gegner, wie ich finde. Wahrscheinlich, weil er so fett ist. Ich bin größer. Bei mir geht er doch grad ziemlich ab. Nichts gegen mich. Eine schlaufe, stirbt. Bam. So, Energiebonus, Energy Trink. Oh, ja, ja. Komm, einer gegen noch. Ich schlaufe, genommen einer rein. Bam. Alter, perfekt ausgerissen. Oh, Mann. Bam. Bam. Komm her, komm. Fuck. Bam. Final Scheiße. Ich schlage noch. Jetzt. Ja, boah. Das gesehen, das war doch mal geil. Und ich spuck schon wieder hier und ich sabbel mich voll. Ist ja ekelhaft. So, nächste Stage. Oh, okay, geht die. Machen wir jetzt auch fertig, die... Ich bin durch. Ich werde es hier nicht so arg beleidigen werden. Aber schöne Augen hat sie. Schön schwarz. Hahaha. Ah. Ach, Mann, die macht mich schon wieder kalt, oder was? Nichts da. Bam. Komm, ist im Himmel. Ist die irgendwie unbesiegbar? Ja, nicht für mich. Bam, bam, bam. Ja, genau. Genau, die blockt einfach mal alles. Das war ein super Anzeiger. Boah, kleine Brille. Boah, die will mich doch verarschen. Ich will die fertig machen. Das kann ich halt. Aber nein. Komm jetzt. Oh. Genau. Ah, irgendwie bekomme ich die nicht hin. You lose, toll. Ah, kann man denen noch einen anderen Modus zeigen? Oder machen wir weiter, komm. Komm, wir probieren es nochmal, wenn es geht. Ich will gegen die Kämpfer. Ich will die fertig machen. Bam. Fuck, die macht schon wieder den ersten Schlag. Bam. Alter, die... Geh einfach ab. Boah, Alec. Habt ihr das gesehen? Oh, Scheiße. Alec, ich... Ich hab keine Ahnung. Boah. Fuck. Das macht mich eigentlich halt. Lass einfach drauf. Alec, ich bin einfach so schlecht. Alec, komm jetzt. Boah, ich komm nicht mehr zum Schlagen. Bam. Ja, genau. Und schon macht... Boah, ich kann nicht mehr. Ich komm nicht mehr richtig zum Schlagen. Ja, du fuck auf. Ah, nee, ich will nicht sehen, wie die mich gleich macht. Ja, ich weiß, dass ich gelustet habe. Meine Mama hat auch gelustet. Einmal geht noch. Einfach so. Schau. So. Und schauen wir mal, was man noch... Was ich euch noch zeigen kann. Ready, go. Ready, go. Ich glaub, so geil... Ich glaub, so geil, wie ein Buskopf ist. Vielleicht soll ich die Frau einfach mal nehmen irgendwann. Komm, leg nicht so... Eier, du Schiss. Komm her. Jetzt, jetzt komm, komm, komm. Jawohl. Komm, bitte. Ja. Ja. Ich muss das schaffen. Ich muss einfach schnelle Schläge machen. Bam. Nein, 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 nein. Bam, bam, bam. Bam. Auf jeden Fall. Jawohl. Langsam komm ich rein. Jawohl. Komm. Tiefe Schläge. Ich tanze die aus. Jawohl. Nein. Komm, das ist tiefe Schläge. Nein. Ich will mich doch verharschen. Nein. Ich mach mich jetzt nicht fertig. Ja, genau. Genau, die haben noch... Der hat noch einen Viertelstrich gehabt, oder so? Fight three. Ready? Mach die mich fertig. Nicht mit Papa Schlumpf. Oh, find ich doch. Oh, komm her. Alter Vater. Nein. Die macht mich jetzt nicht fertig. Ich war so knapp dran. Alter, der hat noch einen Viertelstrich gegen Einschlackenmäher und wird am Asch gewesen. Boah, das gibt's noch nicht. Boah. Ja, gut. Dann würde ich sagen, dann war es für diese... Machen wir das hier zu. Ja, gerade war mein Bruder drin. Also, dann war es wahrscheinlich für diese Folge. Auf jeden Fall witzig. Abbrechen, ja. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und ich werde sicherlich nochmal irgendwann was machen mit Street Fighter oder... Wie heißt es? Ich bin nochmal... Virtual Fighter 5. Auf jeden Fall hat es mir gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde sie auf jeden Fall lesen. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Bis dahin sage ich ciao. Ciao.